Ich denke, so sein wie ich bin. Zuverlässig, kompetent, motiviert an der Arbeit und halt einfach sich selber bleiben. Ich habe gerne glückliche Leute um mich herum und mache gerne Verkäufer und Käufer glücklich. Zum Beruf kam ich eigentlich per Zufall, weil ich vor 20 Jahren am Flughafen war und nach dem Grounding habe ich etwas Neues gesucht. Ich bin Quereinsteigerin und ich bereue es überhaupt nicht. Weil ich immer voll einen Einsatz gebe für meine Auftraggeber und auch für die Käufer, weil ich ehrlich, kompetent und zuverlässig bin und weil ich Freude habe an der Arbeit, Freude mit den Leuten zusammenzuarbeiten und es lohnt sich sicher. RIMEX ist weltweit das beste Netzwerk, finde ich. Ich bin früher viel herumgereist und habe immer den Ballon gesehen. Als es in die Schweiz gekommen ist, habe ich gerade gedacht, das ist etwas für mich, selbstständig in einem Netzwerk. Es ist auch mega eine coole Sache. Man hat, gerade wie ich als Feriensteiger, wirklich die beste Unterstützung. Jede Frage kann man sich eine Antwort holen. Man muss sie aber selbst holen. Und was RIMEX Switzerland in den letzten Jahren vor allem gemacht hat, die Weiterentwicklung, was die Software betrifft und auch die Unterstützung, die man hat, ist wirklich genial. Ich bin froh, dass ich im RIMEX Netzwerk bin und auf keinen Fall in einem anderen. Ja, da gibt es sicher ein paar, aber eines war sicher, als er mal alleine gekommen ist und das Haus angeschaut hat mit dem Baby. Er hat das Baby am Boden gestellt und dann hat er gesagt, grüezi, Frau Schönbechler, das Haus ist gekauft. Und dann habe ich gesagt, ja grüezi, der Teil ist gut, machen wir, wollen Sie es noch anschauen? Und wer hat nachher wirklich gekauft? Bleibt euch selber, verstellet euch nicht, probiert nicht in einem Segment tätig zu sein, wo ihr euch nicht wohl fühlt, sondern ja, bleiben so wie ihr seid, authentisch, dann arbeitet ihr es. Und die Werbung nicht vergessen, das ist im Fall ganz wichtig. Wer nicht wirbt, der stirbt. Ich empfehle ihm ganz sicher, dass er da einem Makler beizieht, am besten ein RIMEX Makler und am allerbesten natürlich mich.